So, gucken wir uns mal um, fangen wir mal hier an, so links. Hey, ich will mit dir quaken, auch wenn du mir dann eine scheuern wirst. Hallo? Hallo? Du siehst aus wie Lee. Eine Fischstatue. Von welchem japanischen Gebäude haben sie die denn geklaut? Hässlich. M-m-m. Ansehen, Frau. Starr. Wo? Ich hab keine Angst vor dir. Obwohl, irgendwie doch... Die Frau macht mir Angst. Ich glaube, es ist besser als die Grunde. Es ist nicht. Nein. Lass uns reden, Nick. Ich will quaken. Clementine hat ein großes Konversationsbedürfnis. Bedürfnis. Nick. Ah, der kommt wieder, glaub ich. Wie geht's? Ich weiß ihn jetzt seit 20 Jahren und ich kann es nicht kaufen. Natürlich kann ich nicht sagen, dass die Gedanken nie überrascht. Äh, warum hat er uns denn nicht geholfen? Warum hat er uns denn nicht geholfen? Ich weiß nicht, bevor wir hierher getroffen sind. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass er noch da ist. Er ist klüger. Klüger als ich, das ist sicher. Ich weiß nicht, dass ich nicht geholfen habe. Du solltest auch. Wir werden unsere Arten morgen sicher. Okay. Nein. Ja, gute Nacht. Okay, Regale gucken uns da mal um. Was wir da so alles haben. Sieht rickety. Wackelig. So, bevor wir jetzt mit dem Rest der Gruppe quaken, gucken wir uns erstmal alles andere an. Wie zum Beispiel... Da, da, anschauen, Erde. Sieht ziemlich kräftig. Ach so, Erde im Sinne von Blumenerde. Ach so. Züchten hier Kakteen. Bestimmt Marihuana. Zaun. Ne, ich packe den jetzt bestimmt noch nicht an. Ich will erst einmal gucken. Jetzt werde ich es anfassen. Hey, Clem. Komm mal. Don't be like that. She ain't doing nothing wrong, Reggie. Just relax. How can I relax when she's walking around, touching everything? Ja, kennst du doch. Frauen müssen immer alles anpacken. Bevor sie irgendwas glauben. Oh, da haben wir ja auch noch was. Stacheldraht, ja scheiße. Jetzt kommen wir noch nicht mal da oben rüber. Mist. Autsch. Ne, Autsch. Eine Leiter. Ja, ein bisschen weit hoch. Ne, da kommen wir nicht so leicht ran. Clem mit deinem Blick. Warum muss die so hoch sein? Ein Seil. Auch so hoch. Clem ist zu klein. Was, 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 was? Schlauch-Auf-Roller. Anfassen. Clem muss immer alles anpacken. So, was haben wir da? Fensterlern. Erstmal durchgucken. Oh nein, jetzt erinnert mich doch nicht daran. Oh, Mängel. Clementine, bitte. Ich habe mich wirklich nett gefragt. Ich will nicht, dass... Hey, was zur Hölle macht sie? Hi. Oh, äh, nichts. Sie wissen, Kinder. Sie lieben nicht zuzuhören. Sie lieben nicht zuzuhören. Das ist eine wirkliche Entschuldigung. Ich werde das über das erzählen. Bitte, komm mal. Hey, nicht so wie das, Mann. Ach, halt die Schnauze, Troy. Ich hole gleich einen an der Schnauze. Fatiii. Oh, you all fucked up now. Bill's gonna hear about this shit. Troy, please. Fuck you, Reggie. This is setting you back a few. Get comfortable, asshole. He was trying to help. She's just a kid. No one's talking to you, Indian lady. Hey. It's fine. I am Indian. Everybody get to bed. Oh, Rassisten-Arsch. Das hätten wir so oder so machen müssen. Some of these folks aren't too keen on leaving. It's up to us to figure out a way out of here. Yep. You up for it? Yep. It's your decision. Natürlich bin ich dabei. I'm ready. Of course I am. Good. Good. Confidence is good. You gotta have the right attitude. Now get some sleep. Für die erste Staffel. Kenny. Pass auf, je nach, du bist tot. Und gleich kriegt Clem noch einen Albtraum. Das hatten wir ja auch in... Staffel 1, Episode 3, glaube ich, war das. Was? Voll genervt. Bill's gonna have a word. Ist mir doch shit egal. Der was zum Melden hat. Nimm die Knarre aus meiner Nase. Ich mag es nicht. Ich dreh dir in die Eier. Und ich beiß dir den Daumen ab. Das kann Clem mir auch ganz gut. Also, beißen. Beißen, kratzen, Haare ziehen. Die reiß ich die Beine raus? Es gab eine erhöhte Walker-Aktivität über die Fenze, also bemerkenswert, wenn außerhalb der Wallen. Die Hörde hat ein bisschen näher geblieben, als das heute Morgen. Aber das ist noch nicht unbedingt so, dass wir geblieben werden. Nein, wir monitorieren die Situation. Jetzt... Es gibt ein paar Leute, die vielleicht sehr schmerzen, was passiert ist und wie es ging. Das ist alles in der Vergangenheit, jetzt. Mag dich trotzdem nicht. Voll die Sekte. Prüfung? 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 Was? 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 Sorry, Sarah. Apologize to Mr. Carver. Sorry, Sir. No, no. Then ain't gonna cut it. I can't have this kind of behavior. I can't have this kind of behavior. You discipline her now, Carlos. Wie? Soll er ihr den Popo versohlen, oder was? One good smack across the mouth should do it. You'll make her think twice before opening it up again. Come on, we'll wait. I'm not sure with my hand that I can... That's why you got two hands, Carlos. Come on. Not some namby-pamby thing, alright? A good heart smack. Otherwise Troy here will do it for you. I don't think you want that. He can be overzealous. Is that the word? If it means I'll slap the shit out of her, then yeah. Go on, Carlos. No, please. She won't do it again. Hey, no one's fucking talking to you. If you want one of what she's about to get, I'd pipe down, Missy. I'm sorry, Dad. I'm sorry. Close your eyes, honey. It's only going to sting for us. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Everyone else should have their assignments. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. You really knocked the shit out of her, Doc. Everyone get to work. You're working in the armory. Follow me. Waffenkammer. Gefällt mir. Hehehehe. Was? Goddammit, this thing. Oh, shit. Clementine! Bin ja schon weg. Oh, sie hat sich den Namen gemerkt. Das heißt, die Frau wird noch wichtig. Alle, die den Namen der Hauptperson kennen, werden wichtig auf irgendeine Art und Weise. Wer ist das? Sie ist eine der neuen Leute. Sie war mit Carlos und Sarah. Ah, Sarah? Ich wünschte, sie wäre weg. Sie hat einen schweren Zeit gehabt, Becca. So haben wir. Wir sind nicht sitzend auf der Grange mit Babies. Wir sind nicht sitzend auf der Grange mit Babies. Wo ist Vince? Und White? Oder Witte? Oder was? Du. Hey. Ich glaube, du beginnst deinen Tag mit mir. Leider. Wir loaden Magazinen. Ja, scheiß Arbeit. Das ist alles. Du hast es geschafft. Ich habe es nicht zufrieden. Ich habe es nicht zufrieden. Ich war nicht zufrieden, als ich euch auf dem Lodge kam. Und ich habe eine Wichtigkeit, die ich nie von einem Gruppe von Freunden erwartet hätte. Ja, das liegt doch wahrscheinlich daran, dass Carver diesmal, ne? Bist du auch! Aber... Ja, Carver sitzt ja alle unter Druck, also. Ich habe es nicht zufrieden. Ich habe es nicht zufrieden. Ja, aber... Ich habe es sicherlich nicht zufrieden. Ich dachte, wenn ich mich derjenige, der alle gefunden hat, dann könnte ich es kontrollieren. Ich behalte alle sicher. Aber das ist nicht so, wie es ging. Ich entschuldige mich. Das ist nicht zufrieden, aber... Das ist alles, was ich kann. Irgendwann kannst du mir mal das Leben retten, in dem du stirbst, dann passt das. Wie war deine erste Nacht im Wald? Ich weiß, es ist nicht so zufrieden. Aber... Ich war sicher. Ich war zufrieden. Sie haben dich nicht zufrieden. Bill sagte, du hattest jede Nacht. Ich habe es nicht seit gestern. Ich... Ich habe nichts zufrieden. Ich bin sorry. Hör auf, dich zu entschuldigen. Ich war zufrieden. Als Luke und Carlos und alle sie weg waren, war ich auch zufrieden. Mhm. Als Luke mich überrascht, dachte ich, er war verrückt. Wenn ich nicht weggekommen bin... Ich meine... Wenn ich ehrlich bin... Ich glaube, ich kann es raus. Es ist Zeit für eine Revolution, würde ich da mal so mal... zur Ansprache bringen. Und dann... Start all over. Take this situation with the herd. That's the type of thing, that rips a community apart. He... Keeps things in line. He's got a lot of this stuff figured out. I'm sorry. Ich dachte, ich hätte das Gefühl, dass du in ein bisschen zufrieden bist. And nobody is safe here with Carver around. You're safe if you stay on his good side. I would, if I knew where it was. I mean... And I ain't easy keeping a group this big fed and protected. I don't envy that position. I figured, they'd make anyone a little stressed. I'm not defending what he did. That was... I'm alive. He killed Walter and Alvin. Only to protect his own people. Kenny could have killed us all. But he didn't. Alvin killed George when he escaped. He might not have meant to, but George died all the same. Hey, Bonnie. I don't care about George. 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 Bill overreacted. He was in the heat of the moment and he overreacted. He had ideas about how things should go, but they didn't line up with what Bill was thinking. They butted heads. Then Rebecca started showing and that only made things worse. Maybe Luke was right about him. Um... I wish he was around. I just hope... Hey Bonnie, is that girl down there? I need to come get her. Yeah, she's here. Okay, I'll be right over. I'm sure it's fine. Oh, almost forgot. I grab this for you. Huh? What do you think? I found it at the lodge y'all were at. I think it might be for skiing. I had to wait for no reason to be around. I don't know. Oh, you don't like it. It's not that. I thought it was kind of cute. Well, this ain't a fashion show. It'll keep you warm. You better watch yourself. I think some folks might be jealous of that cool jacket of yours. Oh, there you are. What's with the ugly jacket? Tavia! Never mind. I'll see you later, Clementine. Come on.